In der nächsten Stunde, da geht es ums Ganze, wir wenden uns der Kosmologie zu und speziell Fragen, die mit dem Alter des Kosmos zu tun haben. Die beiden Fragen, die im Raum stehen, die wir zu beantworten suchen, sind die folgenden, die erste Frage ist die, wie stichhaltig denn die hohen Alter in der Kosmologie sind. Und die zweite Frage ist die, gibt es Ansätze für eine Harmonisierung von diesen hohen Altern mit einer jungen Schöpfung. Das ist die Motivation, die hinter diesem Vortrag steht und wir möchten uns damit befassen und Antworten auf diese beiden Fragen suchen. Das Programm sind folgendermassen aus, ich werde zuerst ein paar Worte zum Standardmodell sagen. Das Standardmodell, das ist einfach das Urknallmodell umgangssprachlich. Danach geht es um die Hubble-Konstanten, das ist die Konstante, die das Alter des Universums bestimmt. Und da gibt es aktuell eine Kontroverse darum, welchen Wert diese Konstante hat. Später werden wir uns die Homogenität der Hintergrundstrahlung anschauen und die Motivation dazu ist, zu schauen, wie auch das Urknallmodell oder das Standardmodell mit Zeitmangel umgeht. Also das gibt es nicht nur in der Schöpfungsforschung, die Frage nach Zeit, zu wenig Zeit. Und wir schauen uns an, wie man im Urknallmodell da nach Lösungen sucht. Der vierte Punkt ist dann noch die Lichtkegelgleichzeitigkeit. Da geht es darum, um die Frage, wieso können wir überhaupt in einem jungen Universum Sterne sehen, die Milliarden Lichtjahre entfernt sind, wo man denkt, das Licht braucht ja eben diese Milliarden Jahre, bis es bei uns eintrifft. Das Standardmodell, das hat sich in den letzten, weiß nicht, 30, 40 Jahren immer mehr durchgesetzt. Es wurde immer wieder ein bisschen angepasst. Aber das ist die Referenz in der Kosmologie. Hier ist kurz eine Übersicht dargestellt über die Geschichte des Universums, wie man sie im Standardmodell versteht. Und üblicherweise sollte man diese Grafik jetzt von rechts nach links lesen. Das heißt, man nimmt den heutigen Zustand, wir befinden uns hier rechts, und überlegt sich dann, wie hat das Universum früher ausgesehen. Man weiß heute, das Universum lädt sich aus, also wenn man das zurückrechnet, muss es früher kleiner gewesen sein. Und wenn man das einfach beliebig weit in die Vergangenheit laufen lässt, diese Überlegung, dann erhält man ein Universum, das immer dichter gepackt ist und das auch immer heißer ist. Am Anfang soll es dann eine Zeit gegeben haben, wo es auch noch keine Sterne gab, das wird als Dark Ages bezeichnet. Und aus einer noch früheren Zeit stammt dann die kosmische Hintergrundstrahlung, die man hier ein bisschen als grün eingezeichnet sieht. Davor wird es immer hypothetischer, je weiter man zurückgeht. Da wird spekuliert, ob es eine inflationäre Phase gab und irgendwann käme man dann zu einer Singularität, die man aber aus physikalischer Sicht natürlich nicht mehr untersuchen kann. Also der Urknall gehört eigentlich in dem Sinn nicht zum Urknallmodell dazu. Man schaut einfach, wie weit können wir die Zeit rückwärts laufen lassen und versuchen zu verstehen, was sich damals abgespielt haben könnte. Das ist die Zahl des Alters des Universums, die heute weitgehend akzeptiert ist. Man kann das Alter auf etwa 20 Millionen Jahre genau bestimmen, gemäss dieser Veröffentlichung. Das Alter war dann eben diese 13,8 Milliarden Jahre plus minus 20 Millionen Jahre. Wie kommt man zu dieser Zahl? Man nimmt dieses Modell, das Standardmodell, und nimmt dann verschiedene Beobachtungsdaten und da hat man bestimmte freie Parameter und die kann man dann anpassen an die Daten. Dann nimmt man eine ganze Liste von Daten zusammen und schaut dann, welches Alter passt am besten zu all diesen Daten. Diese Daten, die bestehen aus der kosmischen Hintergrundstrahlung, aus den Cephaiden, das sind veränderliche Sterne, da schaut man, wie weit sind die weg und wie hell sind die. Dann hat man Daten von Sternexplosionen, die Supernovae genannt werden, und seit etwa 10 Jahren gibt es auch noch eine Beobachtung, wo man sich schaut, wie die Galaxien auf großen Distanzen verteilt sind und da findet man gewisse Oszillationen dieser Dichteverteilung und die werden baryonisch-akustische Oszillationen genannt. Das heisst, man nimmt alle diese Daten zusammen und macht quasi einen globalen Fit vom Modell an all diese Daten und dabei kommt eben diese Zahl oben raus, 13,8 Milliarden Jahre für das Alter des Universums und man gibt hier eine Fehlergröße von 20 Millionen Jahre an. Wir werden später sehen, man sollte die nicht sehr wörtlich nehmen, diese Größenabschätzung, weil wir werden sehen, es gibt schon auch immer noch Diskussionen, ob eben in der Hubble-Konstante, ob die nicht plus minus 10% grösser war und so könnte sich dieser Wert auch noch in Zukunft verändern. Also ich denke nicht, dass dieser Wert jetzt in Stein gemeißelt ist. Aus diesem Modell extrahiert man dann auch, in welcher Form die Energie in unserem Universum vorliegt und das Erstaunliche ist, was man findet, dass die normale Materie, wie wir sie kennen, nur einen Anteil von 4% an den gesamten Energieinhalt liefert. Das ist der blaue Teil hier. Dann aus dem Modell extrahiert man, dass es auch noch 23% dunkle Materie und 72% dunkle Energie geben muss. Da ist Teilchen physikalisch noch nicht verstanden, was das sein könnte oder worin diese Energie bestehen könnte. Das kommt einfach aus dem Modell raus, dass diese Energie da sein muss, damit das Modell auch in sich stimmig ist und eben zu den Daten passt. Wie kommt man zu diesen Werten? Das sind wieder ähnliche Beobachtungen, die wir vorhin angeschaut haben. In dieser Grafik sehen Sie auf der x-Achse die Dichte der Materie oder der Anteil der Materie an diese Energiedichte und auf der y-Achse der Anteil der dunklen Energie. Und man hat dann drei verschiedene Beobachtungen und eine einzelne Beobachtung, die legt an sich nicht fest, wie groß diese beiden Werte sind. Aber wenn man alle Beobachtungen zusammennimmt, ergibt sich doch ein schöner Schnittpunkt hier in der Mitte und das nimmt man dann als den Wert, den ich vorhin angegeben habe, diese 70% dunkle Energie und etwa 24% dunkle Materie. Und hier sieht man auch die Konsistenz dieses Modells, also man hat hier drei von diesen Bändern und dass sich zwei solche Bändern irgendwo kreuzen, ist klar, aber man hat hier schön, dass sich alle drei sogar in einem Punkt kreuzen, was a priori nicht der Fall sein muss und das nimmt man als Bestätigung. Das ist ein Argument, das für das Urknallmodell spricht, weil eben diese drei Messungen sich wirklich in einem Punkt überschneiden. Ich habe mir dazu noch ein paar Gedanken gemacht und was man auch noch dazu sagen könnte, man hätte noch einen zusätzlichen freien Parameter, den man gebrauchen könnte, das ist dieser Parameter W, der beschreibt die dunkle Energie etwas näher und da hätte man sogar noch einen freien Parameter, den man verwenden könnte, um die Daten in sich stimmig zu machen. Also das ist immer die Frage ein bisschen, die man stellen muss, wie viele freie Parameter hat man überhaupt, um die Beobachtung zu erklären und es gibt doch einige freie Parameter, es gibt nicht beliebig viele, aber das einfach zur Einordnung dieses Resultats von der vorherigen Folie, dass es noch diesen Parameter gibt, den man auch noch frei einstellen könnte, um zu einer guten Übereinstimmung in der Daten zu kommen. Was man auch rauskriegt aus dem Standardmodell, sind die Häufigkeiten von einigen Elementen in unserem Universum, da geht es um Wasserstoff, Helium, Deuterium und Lithium und die vorhergesagten Werte, die stimmen recht gut mit den gemessenen Werten überein. In diesem Zusammenhang hat man wieder einen freien Parameter, der ist hier auf der x-Achse eingetragen und ich möchte diese Grafik nicht detailliert erklären, aber was man sieht ist, der Anteil an Helium, das ist dieses y, bewegt sich um die 25%, bei Deuterium sind es 1 Promille, bei Helium 0,1 Promille und Lithium wird vorher gesagt, dass es nur etwa in einem Bruchteil von 10 hoch minus 10 bis 10 hoch minus 9 vorliegt. Und das Modell ist in der Lage mit einem freien Parameter, diese drei, es sind drei Werte, die vorhergesagt werden und die stimmen auch gut mit den Beobachtungen überein, außer beim Lithium gibt es eine Abweichung von einem Faktor 2, aber in der Kosmologie ist das schon mal ein Erfolg, dass man die richtige Größenordnung vorhersagen kann. Also, man liegt einen Faktor 2 daneben, das kann man kritisieren, das ist eine Schwäche des Modells, aber man muss eben auch beachten, die Größenordnung von 10 hoch minus 10 oder 10 hoch minus 9 wird korrekt vorhergesagt. Und das wird auch als Erfolg des Standardsmodells angesehen. Nun kommen wir zu dieser recht aktuellen Diskussion um die Abelkonstante, ich habe in den letzten zwei Wochen auch in den Medien darüber gelesen, also das erreicht jetzt auch die Öffentlichkeit, dass es da eine Diskussion in der kosmologischen Community gibt. Und zuerst möchte ich einfach kurz erklären, was die Abelkonstante beschreibt. Die Abelkonstante beschreibt, dass sich unser Universum, so wie wir es heute sehen, ausdehnt. Und man hat hier als eine Funktion der Distanz, hat man die Rotverschiebung aufgetragen und die Rotverschiebung steht einfach für die Geschwindigkeit, mit der sich eine Galaxie von uns weg bewegt. Und man findet jetzt, dass sich eine Galaxie, je weiter sie von uns entfernt befindet, desto schneller bewegt sie sich von uns weg. Das ist diese blaue Linie, das Rote sind einige Messpunkte und dann macht man ein Fit mit dieser blauen Gerade. Und hier kommt man auf einen Wert von etwa 68, Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Und da geht es eben darum, welchen Wert man hier genau bestimmt für diese Abelkonstante. Wenn man diese Ausdehnung, die wir heute feststellen, rückwärts laufen lässt in der Zeit, kommt man dann eben auf ungefähr das Alter des Universums und in einem einfachen Modell, wo es eigentlich keine Materie im Universum gibt, kann man einfach den Kehrwert nehmen von dieser Hubble-Konstante und erhält dann eine Grössenordnung für das Alter des Universums. Ich habe mal diese 68 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec genommen, habe den Kehrwert gebildet, und dann kommt man auf diese 14,4 Milliarden Jahre. Also so kann man aus dieser Ausdehnungsgeschwindigkeit ausrechnen, wann wäre alle Materie in unserem Universum auf einen Punkt zusammengeschrumpft gewesen, wenn wir diese Ausdehnung rückwärts laufen lassen. Nun muss man natürlich berücksichtigen, dass wir nicht in einem leeren Universum uns befinden, und dann ergeben sich einfach verschiedene Modelle, man hat hier die Ausdehnung als Funktion der Zeit, und das einfachste Modell, das ich vorhin beschrieben habe, das wäre diese gelbe Linie hier, das ist einfach eine Gerade, aber jetzt haben wir eben, aus anderen Daten wissen wir, wie viel Materie und wie viel dunkle Energie es gibt, und dann ergibt sich das Modell, das hier in Violett eingezeichnet ist, aber das gibt dann diese 13,8 Milliarden Jahre, wo alles auf einen Punkt zusammenschrumpft, aber das ist gar nicht weit weg von diesem ganz einfachen Modell, wo man gar keine Materie im Universum sich annimmt. Also die Botschaft hier ist aus der Hubble-Konstanten, ergibt sich ziemlich direkt das Alter des Universums, und wenn es da jetzt eine Diskrepanz von 10% gibt, in dieser Hubble-Konstante, dann diskutiert man in dem Sinne darüber, ob das Universum 10% mehr oder weniger alt ist. Das bringt das Alter des Universums nicht in eine Größenordnung, die wir aus der Bibel kennen, das bringt nicht einen Wert von eben 6.000 oder 10.000 Jahren, aber es wird aktuell doch sehr interessiert verfolgt, weil es halt darauf hindeuten könnte, wo das Standardmodell seine Schwächen hat. Interessant ist es sich anzuschauen, wie sich die Messungen der Hubble-Konstanten über die Zeit entwickelt hat. Man sieht hier das Jahr, man hat hier das Jahr 1920, als man diesen Effekt zum ersten Mal gemessen hat, dann bis heute, und man sieht, früher wurde die Hubble-Konstante mit einem viel höheren Wert gemessen. Ich habe vorhin die 68 erwähnt, das ist etwa der Wert hier, und nach 1980 hat sich der Wert auch dort eingependelt, aber interessant ist es jetzt, dass viel früher, dass man hier viel höhere Werte gemessen hat, und man sieht auch die Messfehler, die man da angegeben hat, die waren einfach völlig falsch, und das zeigt einfach auch, dass man die im Fehlerbalken mit Vorsicht genießen muss. Ich bin dem nicht nachgegangen, wieso es früher so einen viel höheren Wert hatte, diese Hubble-Konstante, das wäre sicher mal interessant, sich das mal anzuschauen. Aber hier sieht man halt, seit 1980 hat sich der Wert eben um diese 68 rum eingependelt, die Fehlerbalken werden tendenziell ein bisschen kleiner, je neuer die Messungen sind, und eben seit dieser Zeit spricht man eben auch davon, dass das Universum eben größenordentlich 14 Milliarden Jahre alt ist. Hier ist nun diese Diskrepanz aufgezeichnet, und zwar gibt es zwei Gruppen von Messungen, es gibt ganz viele Messungen der Hubble-Konstante, nun gibt es diese blaue Gruppe hier, die ergibt einen Wert von etwa 68 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec, und dann gibt es diese rote Gruppe von Messungen, die ergibt einen Wert von etwa 74. Und wenn man die Messfehler berücksichtigt, ergibt sich doch eine Abweichung von 4,4 Standardabweichungen, und deshalb sieht man diese Diskrepanz als erhärtet an. Interessant ist, wie sich diese verschiedenen Messungen gruppieren, und zwar gibt es die blaue Gruppe, da werden kosmologische Daten verwendet, um diese Werte abzuleiten, und die roten Methoden, das sind Messungen in unserem heutigen Universum, wo man eben sich Sterne anschaut, wie deren Helligkeit als Funktion der Distanz variiert, und noch andere Methoden gibt es da. Und da ergeben sich nun diese zwei Gruppen, und die Frage ist, welche Gruppe ist richtig, ist es ein Messfehler, oder ist es irgendwie ein systematisches Problem des Modells, und so weiter. Das sind die Fragen, die sich hier stellen. Es gibt dann noch die obere Hälfte dieser Grafik, und dort ist mit verschiedenen Pfeilen eingezeichnet, wie verschiedene Arten von neuer Physik diese Diskrepanz teilweise erklären könnte. Man hat dann Gedankenspiele gemacht, ob es noch neue Arten von Teilchen gibt, oder ob die Krümmung des Universums leicht anders ist, oder ob die dunkle Energie sich ein bisschen anders verhalten könnte, und mit Hilfe dieser neuen Physik versucht man zu erklären, wieso sich die Werte der Hubble-Konstante zwischen diesen beiden Gruppen an Messungen unterscheiden. Aber man hat hier schon einige Ideen, was es sein könnte an neuer Physik. Es könnte natürlich auch einfach ein Messfehler sein. Wir haben ja diese historische Entwicklung gesehen. Vielleicht werden auch heute die Messfehler einfach noch unterschätzt. Also das ist ein aktuelles Thema, das man in den Medien auch findet. Und es geht aber nur um eine Korrektur von 10%. Das heisst, die Größenordnung von 14 Milliarden Jahren ist nicht umstritten, aber es gibt immer noch Diskussionen darüber unter den Wissenschaftlern, eben ob der Wert hier 10% grösser oder kleiner ist. Und das ist so ein bisschen die aktuelle Antwort auf die Frage, wie stichhaltig sind die hohen Alter. Es gibt diese Hinweise, dass das Modell in sich konsistent ist. Es gibt die großen Fragen, was ist diese dunkle Materie, was ist die dunkle Energie. Und es gibt noch diese Diskussion auch, wo man um 10% der Werte sich streitet. Also insgesamt haben wir mit dem Standardmodell ein stimmiges Modell. Es gibt da und dort, wie man es eigentlich erwarten würde, offene Fragen. Aber die Wissenschafts-Community ist sich eigentlich sicher, dass dieser Wert von 14 Milliarden Jahren richtig ist. Nun geht es um ein nächstes Thema, das ist ein Thema zur Hintergrundstrahlung. Da stellt sich ein ähnliches Problem wie bei der Lichtlaufzeit der Sterne in einem jungen Kosmos. Es geht auch um das Problem, dass man etwas beobachtet und im Modell gibt es einfach zu wenig Zeit, dass diese Abläufe hätten passieren können. Und man muss sich dann überlegen, wie können wir das Modell anpassen, damit wir quasi Zeit gewinnen, damit wir zusätzliche Prozesse ablaufen lassen können. Die Hintergrundstrahlung, das ist eine Strahlung, die kommt aus allen Richtungen zu uns auf die Erde. Das ist so eine Himmelskarte, wo man sieht, aus verschiedenen Richtungen des Himmels kommt diese Temperatur zu uns und die Farben bedeuten hier verschiedene Temperaturen. Es gibt eine konstante Temperatur von 2,726 Kelvin, die man dieser Strahlung zuordnen kann oder zuschreiben kann. Und dann gibt es kleine Variationen in der Größenordnung 18 Mikrokelvin. Also im Vergleich zu diesen 2,7 sind sie wirklich sehr klein, da geht es um einen Anteil in einer Million oder 1 zu 100.000. Das sind diese Temperaturunterschiede, die hier eingezeichnet sind. Und die Frage ist nun, wieso hat diese Hintergrundstrahlung aus allen Richtungen die gleiche Temperatur? Plus, minus diese kleinen Abweichungen. Und das Problem ist das folgende. Wir haben hier in der Mitte die Erde und wir schauen in verschiedene Richtungen und wenn wir hier uns einen Ausschnitt des Himmels in diese Richtung anschauen, dann sehen wir die Hintergrundstrahlung, wie sie erst 380.000 Jahre nach dem Urknall entstanden sein soll. Das Problem ist nun, dass aber zwischen Urknall und dieser Zeit, als die Temperatur entstand, dass da zu wenig Zeit verging, dass diese Strahlung auf dieser Seite des Universums mit dieser Strahlung auf dieser Seite des Universums hätte in Kontakt kommen können. Das heisst, man hat zu wenig Zeit im frühen Universum, dass sich eine Gleichgewichtstemperatur in einem grossen Teil des Kosmos hätte einstellen können. Und deshalb würde man erwarten, dass wenn es kein Gleichgewicht gab, dass die Temperaturen viel, Unterschiede viel grösser wären, als wir sie heute beobachten. Und der kleine Kreis ist etwa eingezeichnet, wie weit dieses thermische Gleichgewicht sich ausgedehnt haben könnte. Das ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt des Himmels. Hier ist die Erde, das wäre so, dieser kleine Ausschnitt hätte sich in einem Gleichgewicht befunden, aber die Temperatur hier aus der anderen Richtung hätte in kein Gleichgewicht kommen können mit dieser Region hier. Es gibt verschiedene Lösungsmöglichkeiten für diese offene Frage, wieso haben wir aus allen Richtungen die gleiche Temperatur. Der erste Vorschlag ist einfach, es ist einfach so, wie es ist und man kann sagen, das war Zufall oder man müsste dann eben von Feinabstimmung sprechen, weil dann eben die Temperatur aus dieser Richtung irgendwie zufällig sehr fein mit dieser da drüben abgestimmt sein müsste. Also das wäre so die Erklärung, wir haben keine Erklärung. Die inflationäre Phase wird vorgeschlagen, da kommen wir nachher dazu. Das ist eine Phase im frühen Universum, wo sich das Universum extrem schnell ausgedehnt haben sollte. Das ist die populärste Lösung und die dritte Lösung wäre, dass im frühen Universum die Lichtgeschwindigkeit höher hätte sein können, sodass dieses thermische Gleichgewicht sich über einen größeren Raum hätte sich einstellen können. Also das sind diese drei Vorschläge, aber normalerweise wird eigentlich nur die zweite Lösung, die inflationäre Phase, als gute Lösung angenommen. Hier ist diese inflationäre Phase zu Beginn des Universums nochmals eingezeichnet. Die Idee ist hier, beim orangen Pfeil hätten wir ganz am Anfang eine Phase, wo sich das Universum etwas langsamer ausgedehnt hätte und in dieser Zeit hätte sich das Gleichgewicht auf eine relativ kleine Region einstellen können und nachher nimmt man an, dass sich das Universum exponentiell ausgedehnt hat und dann wären Regionen, die im thermischen Gleichgewicht waren, die wären dann plötzlich viel grösser, sodass eben Regionen, auch die heute sehr weit entfernt sind, doch zu einem frühen Zeitpunkt mal im Gleichgewicht gewesen wären. Also man gibt dem Universum hier ein bisschen mehr Zeit und macht es dann plötzlich ganz schnell viel grösser und so waren auch weit entfernte Regionen heute, waren früher mal sehr nahe beieinander, sodass sich dieses Gleichgewicht hätte einstellen können. Diese Idee der Inflation ist aber sehr umstritten. Ich habe hier einige Schwierigkeiten dieser Theorie oder dieses Modells aufgeschrieben. Und zwar benötigt diese inflationäre Phase, braucht auch wieder Feinabstimmung, damit diese Phase überhaupt in Gang kommt, am Anfang. Dann gibt es einfach die Frage, dass ein passender Auslöser für diese Phase unbekannt ist. Man kennt kein Elementarteilchen mit den nötigen Eigenschaften. Dann gibt es auch bisher keine Hinweise auf kosmische Gravitationswellen, wie man das in den einfachsten Modellen erwarten würde. Ein anderes Problem ist, dass unser Universum als Endprodukt eigentlich sehr unwahrscheinlich wäre und die ganze Theorie einer inflationaren Phase ist eigentlich nicht falsifizierbar, weil sie eigentlich mit allen Ausgangsmöglichkeiten irgendwie kompatibel ist. Also man könnte das Modell immer so weit anpassen, dass es zu jeglichem Messergebnis passen würde. Also man kann es eigentlich gar nicht sagen, ob es richtig oder falsch ist. Das sind so ein bisschen die üblichen Kritikpunkte. Ich habe das in einem frühen Vortrag auch mal mit der Revolutionstheorie verglichen. Ich will jetzt nur kurz einmal diese Spalte anschauen, wo man halt so typische Merkmale findet, wie man mit einem Modell umgeht, wenn es eigentlich nicht mehr so gut passt. Man macht das Modell einfach komplizierter und macht es einfach damit auch immuner gegen Kritik. In diesem Fall habe ich gesagt, es ist eigentlich mit allen Messergebnissen irgendwie kompatibel. Man versucht Schwierigkeiten zu verdrängen. Es gibt so eine Diskrepanz zwischen Lehrbüchern, wo die einfachen Modelle drin sind, die eigentlich schon lange ausgeschlossen sind, also lange in Anführungszeichen. gegenüber Fachliteratur, wo das Problem bekannt ist und in Bezug auf ein anderes Problem löst das Inflationsmodell eigentlich gar nicht das ursprüngliche Problem. Das habe ich mal so im Vergleich gemacht, sind auch so Merkmale, ob ein Modell eben erfolgreich ist oder nicht. Interessanter ist jetzt für uns aber, dass wir ja auch so ein Problem haben, dass wir zu wenig Zeit haben für einen bestimmten Prozess. In unserem Falle für einen jungen Kosmos wäre das eben das Problem der Lichtlaufzeit. Das Interessante ist, dass eigentlich die genauen Lösungsvorschläge für beide Probleme vorgeschlagen wurden. Wir haben gesehen, dass der Lösungsvorschlag Feinabstimmung für die Inflation, man sagt, nein, nicht für die Inflation, man sagt, die Temperatur ist einfach in dem Gleichgewicht, weil es einfach so ist. Man nimmt einfach an, es war immer so. Das würde beim Problem der langen Lichtlaufzeiten quasi der Idee entsprechen, dass das Licht einfach mitgeschaffen wurde. So würden wir es natürlich immer sehen bei uns. Ich habe mal diesen Vergleich gemacht, dann gibt es eben der beliebteste Vorschlag bei der Hintergrundstrahlung ist diese inflationäre Phase und da geht es eben darum, dass man das Universum in kurzer Zeit extrem ausdehnt, sodass sich weit entfernte Bereiche trotzdem beeinflussen können. Das könnte man auch in einem Schöpfungsszenario machen, das wurde auch gemacht von Humphreys, er hatte mal ein Modell vorgeschlagen, die Weisse Loch Kosmologie, wo er auch das Universum denkt, dass es am Anfang relativ klein war und dann während der Schöpfungswoche plötzlich viel größer wurde. Das wäre dann auch eine Erklärung, wieso wir das Licht weit entfernter Sternen sehen können. Was ich vorhin auch angesprochen habe, es wurde auch bei dem Hintergrundstrahlungsproblem diskutiert, ob eventuell die Lichtgeschwindigkeit früher höher war. Das wurde auch im Zusammenhang mit dem Lichtlaufzeitproblem vorgeschlagen von Herrn Setterfield und was wir hier einfach sehen, es gibt gleiche Probleme auf beiden Seiten und beide Seiten überlegen sich die gleichen Lösungsansätze für diese Sachen. Also wenn jemand jetzt sagen würde, ja, ihr habt also spezielle Ideen in der Schöpfungswissenschaft, wenn man ein junges Universum annimmt, dann kann man eigentlich sagen, ja, die gleichen Ideen werden auch in den säkularen Literatur werden diskutiert und das sind natürlich für uns auch Inspirationsquellen, wie wir eventuell mit diesem Thema der langen Lichtlaufzeit umgehen können. Das heißt, wir haben auf beiden Seiten einem Urknallmodell oder in einem jungen Kosmos ähnliche Probleme und auch ähnliche Lösungsvorschläge dann. Jetzt möchte ich noch einen Lösungsvorschlag für dieses Problem der langen Lichtlaufzeiten mal vorstellen. Ich habe den Vorschlag mal Lichtkegel Gleichzeitigkeit genannt. Ich habe darüber vor zehn Jahren mal einen Artikel geschrieben, der ist auf der Worten Wissen Homepage erhältlich, aber ich habe ihn noch nie in einem Vortrag vorgestellt, darum möchte ich das hier mal noch nachholen. In dieser Folie wird mal kurz skizziert, wie man überhaupt die Lichtgeschwindigkeit bestimmen kann. Man hat eine Uhr, man sendet einen Lichtstrahl aus, der an einem Spiegel reflektiert wird, man misst dann einfach die Zeit, wie lange es gedauert hat, bis das Licht wieder zurückkommt. Wenn man die Distanz d kennt, kann man dann die Lichtgeschwindigkeit als zweimal die Distanz durch die Zeitdifferenz ausrechnen. Wenn man das richtig macht, kommt man genau auf diese Zahl, auf diese ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das Interessante hier ist, dass man immer die Lichtlaufzeit hin und zurück misst. Also man nennt das auch die Zwei-Weg- Lichtgeschwindigkeit, die man so messen kann, weil das Licht immer in diese Richtung geht und dann wieder zurückkommt, bis man mit der Uhr die Zeitdifferenz messen kann. Das Problem langer Lichtlaufzeiten werdet ihr kennen, die Frage ist, es gibt Sterne, die sind Millionen oder Milliarden Lichtjahre von uns entfernt und das Licht braucht heute eben so viele Jahre dann auch, bis es uns erreicht. Wenn wir jetzt einen jungen Kosmos anschauen, ist die Frage, gibt es überhaupt genug Zeit, dass dieses Licht bei uns eintreffen kann. Nun, diese Situation ist ein bisschen anders als hier, weil man hier das Licht sich nur in eine Richtung bewegt und es geht nicht hin und zurück. Das wird später eine Rolle spielen, weil man eben zwischen der Lichtgeschwindigkeit in eine Richtung und die Zweiweglichtgeschwindigkeit zwischen diesen unterscheiden kann. Nun, mögliche Antworten wäre eben, das Licht wurde schon erschaffen, es gab eine veränderliche Lichtgeschwindigkeit, die war früher höher, es gibt alternative Kosmologien, die auch das Problem zu lösen versuchen oder es gibt eben diesen Vorschlag von Jason Lyle, der dies vor 15 Jahren mal vorgeschlagen hat und ich habe diesen Artikel aufgenommen aus dem Englischen und den einfach in Deutsch auch diesen Lösungsvorschlag verfügbar gemacht in einem Artikel auf der Internetseite von Wort und Wissen. Nun, in der Relativitätstheorie ist es so, dass man zwei Uhren, die sich an unterschiedlichen Orten befinden, beliebig einstellen kann und dass man physikalisch nicht sagen kann, die eine Methode ist richtig und die andere ist falsch. Oder mit anderen Worten, es ist reine Konventionssache, wie man die beiden Uhren einstellt. Also wir haben hier eine rote und blaue Uhr, die rote zeigt sieben Uhr und die Gleichungen der Relativitätstheorie lassen uns die Freiheit, diese Uhren, die blaue Uhr so nicht ganz beliebig, aber relativ beliebig einzustellen. Wir können die auf sieben Uhr einstellen, 6.58 Uhr oder 7.02 Uhr. Es gibt keine physikalische Messung, welche festlegen würde, die eine Methode ist richtig und die andere ist falsch. Das heißt, es gibt diesen Freiheitsgrad, wie man entfernte Uhren miteinander synchronisieren kann. Normalerweise lernt man in den Büchern, dass man immer in dieser Einstein-Konvention arbeitet, das ist wahrscheinlich die intuitivste Variante, man hat eine blaue Uhr, die geht von sieben Uhr bis sieben Uhr zwei in der Zeit und hat die rote Uhr, man schickt dann einen Lichtstrahl los, der reflektiert wird und man sagt dann, man stellt die rote Uhr so ein, dass sie sieben Uhr null eins anzeigt, wenn der Lichtstrahl dort eintrifft. Die Distanz zwischen den Uhren ist eine Lichtminut, das ist relativ viel und wenn man diese Synchronisation benutzt, dann ergibt sich einfach eine Lichtgeschwindigkeit, die in beiden Richtungen gleich groß ist. Man hat dann hier eine Minute in diese Richtung und die andere zurück und die Lichtgeschwindigkeit ist dann in beide Richtungen gleich groß und das nennt man die Einstein-Konvention und die wird eigentlich durchwegs verwendet. Nun kann man die Uhren aber auch anders einstellen und ich habe das Lichtkegel Gleichzeitigkeit genannt und dann stellt man die rote Uhr eben nicht auf 7.001 ein, wenn der Lichtstrahl dort eintrifft, sondern man stellt sie auf 7.001 und das führt dazu, dass man in diese Richtung so quasi virtuelle unendliche Lichtgeschwindigkeit hat, man sagt dann diese zwei Punkte sind gleichzeitig und dann hat man aber in die andere Richtung dass man nur die halbe Lichtgeschwindigkeit hat. Hier braucht dann der Lichtstrahl zwei Minuten. Das kann man machen, die Uhren auch so einstellen, ist weniger intuitiv, man hat dann eben das recht komische Verhalten, dass man in eine Richtung eine andere Geschwindigkeit hat, als in die andere, aber die Gleichungen der Relativitätstheorie lassen das zu, dass man das so einstellt, das ist einfach Konventionssache. Die Idee ist nun, dass man alle Ereignisse, die auf dem Rückwärts Lichtkegel liegen, dass man die als gleichzeitig betrachtet. Also hier geht es darum, ein Beobachter befindet sich hier, das ist die Zeitdimension und man hat zwei Raumdimensionen und dann nimmt man alle Ereignisse auf diesem Rückwärts Lichtkegel und stellt die Uhren an diesen Orten überall auf die gleiche Zeit ein. Das führt dazu, dass ein Lichtstrahl auf dem Beobachter zu immer unendliche Lichtgeschwindigkeit hat. Das kann man so machen, das ist ein Extremfall, aber man kann auch diese Konventionen wählen, dann sehen die Gleichungen ein bisschen anders aus, aber die Physik ist immer noch die genau gleiche. Nun, Einstein hat das auch mal festgehalten, dass das eben nur Konventionssache ist, wie man die Uhren einstellt und er hat dann mal in einer Arbeit geschrieben, er hat eine Strecke angenommen, AB und einen Mittelpunkt M und hat dann zwei Lichtstrahlen betrachtet, der eine in dieser und der eine in diese Richtung und er sagt dann eben, dass das Licht zum Durchlaufen des Weges A bis M und von B bis M dieselbe Zeit brauche, ist in Wahrheit keine Voraussetzung oder Hypothese über die physikalische Natur des Lichts, sondern eine Festsetzung, das heißt eine Konvention, die ich nach freien Messen treffen kann, um zu einer Definition der Gleichzeitigkeit zu gelangen. Also er sagt, auch die Lichtgeschwindigkeit in eine Richtung, die können wir gar nicht messen und deshalb haben wir eben diese Freiheit, wie wir Uhren an verschiedenen Orten miteinander synchronisieren wollen. Aber er hat dann auch seine Einstein-Konvention vorgeschlagen, die macht dann die Gleichungen am einfachsten. Und der Vorschlag von Jason Lyle ist nun, dass die Bibel im Schöpfungsbericht, wenn sie den Schöpfungsvorgang beschreibt, nicht die Einstein-Konvention verwendet, sondern dass der Schöpfungsakt am vierten Tag diese Lichtkegel Gleichzeitigkeit verwendet. Das heißt, aus Sicht Gottes, oder aus Sicht des Schreibers, des Schöpfungsberichts, werden dann die Uhren so eingestellt, dass das Licht der Sterne, die am vierten Tag erschaffen werden, auch am vierten Tag auf der Erde eintreffen. Also wir haben wieder diese Lichtgeschwindigkeit in eine Richtung, die unendlich ist, und in die andere Richtung die halbe Lichtgeschwindigkeit, aber das ist nur ein Artefakt davon, wie wir unsere Uhren einstellen. Und sein Vorschlag ist jetzt, dass die Bibel in der Sprache dieser Lichtkegel Gleichzeitigkeit geschrieben wurde. Und dann würde das Licht auch gleichzeitig bei uns eintreffen und er argumentiert dann, dass das die natürlichste Art gewesen sei, um zu allen Zeiten den Schöpfungsbericht aufzuschreiben für uns und dass die Leute zu eigentlich fast allen Zeiten den Schöpfungsbericht dann auch so und korrekt verstanden hätten. Die Konsequenz davon wäre, dass wir heute jetzt ein Universum sehen würden, das in allen Entfernungen gleich alt ist. Das heißt, wenn am vierten Schöpfungstag die Sterne erschaffen worden wären, hätte man das Licht sofort bei uns gesehen. Was wir heute sehen würden, ist einfach ein paar tausend Jahre später, die seither vergangen sind und wir würden die Sterne so sehen, wie sie ein paar tausend Jahre nach der Schöpfung ausgesehen hätten. Ich habe hier mal 6.023 Jahre hingeschrieben, das wäre das Datum nach Bischof Asher, genau, das bekannte Datum. Das ist eine Hypothese, die man sogar testen könnte, weil im Standardmodell ist es ja so, dass man je weiter man ins Welttal rausschaut, die Sterne in einem desto älteren Zustand sind. Also so könnte man sogar die beiden ein Schöpfungsmodell mit dieser Konvention unterscheiden von einem Universum nach dem Standardmodell. Wir können natürlich den Vorschlag von Jason Lyle auch in unsere eher gewohnte Sprache der Einstein-Konvention übersetzen und das würde dann so aussehen in der Einstein-Konvention, dass Gott das Universum von außen nach innen erschaffen würde. Das heißt, er würde um 6.58 Uhr die Sterne außen erschaffen, dann eine Minute später diese Sterne und dann um 7.00 Uhr würde das Licht bei uns eintreffen. Das ist einfach jetzt übersetzen, diese andere Sprache, wie dieser Vorgang in der Einstein-Konvention aussehen würde. In der Lichtkegel-Konvention wäre das alles gleichzeitig, aber wenn wir in die Einstein-Konvention dann gehen, würde das Universum von außen nach innen geschaffen. Die Vorteile dieser Lösung sind, dass sie keine neue Physik benötigen, es sind die Standard-Gleichungen der Relativitätstheorie, die immer noch gelten. Es hat auch die enorme Vorteile, dass die Bibel eine sehr natürliche Sprache verwendet, die eigentlich für alle Leute immer gut verständlich war, außer für ein paar Physiker, die den Schöpfungsbericht im Licht der Einstein-Konvention gelesen haben. Also das Problem langer Lichtlaufzeiten wäre dann nur ein Scheinproblem, weil man die Bibel in einer falschen Konvention gelesen hat. Und das ist das, was ich hier nochmals aufgeschrieben habe, eben das Problem ergab sich, dass wir die Bibel seit Relativitätstheorie falsch interpretiert haben, und zwar im Licht dieser Einstein-Konvention. Das löst natürlich nicht alle Altersfrage, die ein junger Kosmos aufwerfen würde. Im Besonderen wäre es keine Erklärung für die Sachen, die wir gestern gesehen haben, die eben darauf hindeuten, dass auch in den Sternen, in den Galaxien Entwicklungsprozesse abgelaufen sind, weil in diesem Modell, wie gesagt, sehen wir die Sterne und Galaxien alle in einem jungen Alter. Das würde dann eben nicht erklären, wieso man diese Prozesse, die auf Alter hindeuten, beobachten würden. Es würde auch nicht erklären, wieso zum Beispiel die Galaxien, die weiter von uns entfernt sind, anders aussehen als Galaxien, die wir in unserer Nähe beobachten würden. Das sind so ein bisschen die Limitationen dieses Modells. Es wäre nur ein Vorschlag, wie man das Problem langer Lichtlaufzeiten recht elegant lösen könnte. Als Zusammenfassung habe ich hier noch ein paar Literaturangaben, wo man noch ein paar Dinge nachlesen kann. Das ist die englische Literatur. Was ich heute zeigen wollte, ist, dass es immer noch Diskussionen gibt, um diese Hubble-Konstante, die das Alter des Universums im Standardmodell festlegt, aber diese Diskussionen bewegen sich in der Größenordnung 10%. Wir haben gesehen, das Standardmodell benötigt zahlreiche Hilfshypothesen, damit es in sich stimmig ist, aber man hat bisher immer solche Hypothesen gefunden, die es das Modell stimmig machen. Als Beispiel könnte man eben diese Inflationsphase oder die dunkle Energie nennen oder vielleicht auch die neue Physik, die nötig wäre, um die 10% Diskrepanz der Hubble-Konstante zu erklären. Wir haben gesehen, dass man im Standardmodell, im Vulkanal-Modell genau die gleichen Ideen hat, wenn es darum geht, wir haben da zu wenig Zeit, dass gewisse Prozesse in unserem Universum hätten ablaufen können, eben, dass da die gleichen Ideen diskutiert werden, wie bei uns, wieso kann es sein, dass wir das Licht entfernt der Sterne sehen, dann habe ich nochmals diese Lichtkegel-Gleichzeitigkeit vorgestellt und wenn wir den Schöpfungsbericht in dieser Konvention lesen, dann ergibt sich eigentlich gar kein Problem eben mit der Frage, wie wir das Licht weit entfernter Sterne überhaupt sehen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank.